Sind wir allein im Universum? Auf diese uralte Frage gibt es nun neue, überraschende Antworten. Jüngste Entdeckungen lassen darauf schließen, dass die Voraussetzungen für die Entstehung von Leben weiter verbreitet sein könnten, als wir es je für möglich gehalten haben. Was wir da draußen entdecken, übertrifft sogar jede Science Fiction. Mars-Missionen zeigen, dass es auf unserem Nachbarplaneten Wasser geben könnte. Eine der Grundvoraussetzungen für die Entstehung von Leben. Auf dem Mars gibt es viel Wasser. Er ist ein Eiswürfel, bedeckt von einer Erdschicht. Und Raumsonden finden die essentiellen chemischen Bausteine für Leben an gänzlich unerwarteten Orten. Der Samen des Lebens wurde auf allen Planeten und Monden unseres Sonnensystems gesät. Doch was ist mit den kälteren Randbereichen unseres Sonnensystems? Und jenseits davon? Könnte es auch hier Leben geben? Und das Bereich, in dem es möglicherweise Leben geben könnte, erstreckt sich jetzt bis an den Rand unseres Sonnensystems. Und Orte, an denen Frontänen hunderte Kilometer in den Weltraum schießen. Möglicherweise halten wir den Beweis für außerirdisches Leben in Händen. Unser Sonnensystem entstehen ließen, sind überall im Universum am Werk. Allein in unserer Galaxie kreisen schätzungsweise mehrere 10 Milliarden Planeten um ihre Sterne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dass es außerirdisches Leben geben könnte, ist eine faszinierende Vorstellung. Schon lange veranlasst sie uns Menschen zu der Frage, ob es noch andere Welten gibt, in denen Leben existiert. Durch die technologischen Fortschritte der Raumfahrt sind die Chancen auf Erfolg größer denn je. Ich würde gern Leben außerhalb der Erde finden. Ich gehe davon aus, dass es uns gelingen könnte. Und zwar im Laufe der nächsten Jahre. Die Suche konzentriert sich auf drei entscheidende Bestandteile. Der erste sind die chemischen Grundbausteine des Lebens, bestehend aus einfachen Elementen, die sich in der Wolke aus Gas und Staub befanden, aus der alle Planeten und Monde entstanden sind. Diese chemischen Elemente sind vielleicht vor Milliarden von Jahren durch Kometen und Asteroiden überall im Sonnensystem verteilt worden. Es sind sogenannte organische Verbindungen. Sie bestehen aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff. Als nächstes benötigt Leben eine Flüssigkeit, wie zum Beispiel Wasser, in der diese Verbindungen sich vermischen und interagieren können. Und schließlich eine Energiequelle, wie zum Beispiel die Sonne, um die chemischen Reaktionen auszulösen, die die Entstehung von Leben ermöglichen. Früher waren die Wissenschaftler davon überzeugt, dass alle drei Faktoren, wenn überhaupt, nur auf Planeten zu finden sein würden, die sich in genau der richtigen Entfernung zur Sonne befinden. Bei zu großer Nähe sei es zu heiß. Weiter entfernt als der Mars sei es zu kalt. Doch nun stellen Forschungsmissionen ins äußere Sonnensystem diese Annahme in Frage. Das ist Jupiter, aufgenommen von der Raumsonde Voyager 1, die vor Jahrzehnten in den Weltraum startete, um das äußere Sonnensystem zu erforschen. 800 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt, scheint es unwahrscheinlich, dass Leben hier draußen in dieser extremen Kälte existieren könnte. Voyager nähert sich Io, einem von Jupiters über 60 Monden, die im Schatten des Gasriesen ihre Umlaufbahn ziehen. Io müsste eine eisige, tote Welt sein. Doch Voyager entdeckt etwas völlig Unerwartetes. Diese Originalaufnahmen von Io's Oberfläche enthüllen hunderte gigantischer aktiver Vulkane. Spätere Sondierungen zeigen riesige Seen aus flüssiger Lava. Auf der Erde ist die Hitze des Erdkerns die Antriebsquelle für vulkanische Aktivität. Aber Io ist so klein, dass er sich eigentlich schon vor Milliarden von Jahren abgekühlt haben müsste. Es muss also eine andere Energiequelle im Inneren des Mondes geben. Die Entdeckung von Vulkanaktivität auf Io war eine der bedeutendsten Entdeckungen der Planetologie. Anhand seiner Beobachtungen von Vulkanen auf der Erde und des eingehenden Studiums der riesigen über Io gesammelten Datenmenge stellt Ashley Davis sich vor, wie es wäre, über Io's Oberfläche zu laufen. Würde man auf Io's Oberfläche laufen, befände man sich in einer extrem feindseligen Umgebung. Es ist entweder sehr kalt oder sehr heiß, dort wo Vulkane aktiv sind. Und natürlich gibt es keine Atmosphäre. Man würde etwas schweben, denn die Schwerkraft auf Io entspricht ungefähr der unseres Mondes, also ein Sechstel der Erdschwerkraft. Außerdem würde man ein Knirschen unter den Füßen spüren, während man über diese weiten Ebenen von einem Vulkan zum anderen läuft. Und hier stehen wir mitten in einem ausgedehnten Lavafeld. Es ist dunkel und ziemlich heiß. Das Feld besteht aus Lava, die ausströmt, wenn einer der vielen Vulkane ausbricht, wie zum Beispiel der dort drüben. Die Raumsonde New Horizons macht während ihres Vorbeiflugs an Io dieses Foto von einem gewaltigen Ausbruch eines Vulkans namens Twashtar. Eine riesige Schwefelwolke schießt 300 Kilometer hoch ins All. Diese Originalaufnahmen zeigen, wie sich die Wolke ausbreitet und zurück auf die Oberfläche regnet. Auf Io sehen wir diese gewaltigen Vulkanausbrüche. Die Gase, die der Lava entströmen, schleudern die Partikel hoch in das Vakuum des Weltraums. Sehr spektakulär. Was also könnte so viel Energie erzeugen, auf einem Mond, der eigentlich hart gefroren sein sollte? Welche Kräfte stecken dahinter? Der Schlüssel zum Verständnis von Io's Vulkanismus liegt in seinem Mutterplaneten, Jupiter. Io umkreist Jupiter auf einer eher elliptischen als kreisförmigen Umlaufbahn. Dabei ist er den unterschiedlich starken Anziehungskräften Jupiters und der anderen Monde ausgesetzt. Wenn Io dem Riesenplaneten am nächsten ist, wird er um mehr als 100 Meter gedehnt. Im Laufe von zig Milliarden Jahren hat das immens große Reibungskräfte tief im Innern des Mondes erzeugt. Diese ständige Dehnung hat dieselbe Wirkung, wie wenn man ein Stück Metall biegt. Es wird heiß. Das ist die Quelle der vulkanischen Energie im Innern von Io. Die gewaltigen Gezeitenkräfte, die Jupiters enorme Anziehungskraft erzeugt, schaffen eine alternative Energiequelle, weit entfernt von der Wärme der Sonne. Eine Energiequelle, die im Prinzip Leben ermöglichen könnte. Das Bedeutsame an Io ist, dass wir durch ihn abrücken von unserer klassischen Definition habitabler Zonen im Umkreis der Sonne, mit ihr als einzig möglicher Energiequelle. Der Bereich, in dem es möglicherweise Leben geben könnte, erstreckt sich jetzt bis an den äußersten Rand unseres Sonnensystems. Doch die Chancen, dass es auf Io selbst Leben gibt, sind gering. Selbst wenn er eine Energiequelle hat und über die richtigen chemischen Bausteine verfügen könnte, die vor Milliarden von Jahren vielleicht von Kometen und Asteroiden hierher gelangt sind, konnten Wissenschaftler bisher nicht das dritte Schlüsselelement entdecken. Eine Flüssigkeit, wie zum Beispiel Wasser. Doch Io ist nicht der einzige Mond, der Jupiter umkreist. Die unbemannte NASA-Raumsonde Galileo fliegt an Ios Nachbarmond vorbei. Europa. Sie fliegt zwölf Mal an Europa vorbei. Nur zwölf Mal. Praktisch stammt alles, was wir über Europa wissen, von diesen zwölf Vorbeiflügen. Und jeder Einzelne davon hat uns unglaublich begeistert. Europa ist etwas kleiner als unser Mond und mit Eis bedeckt. Die von Galileo gesammelten Daten zeigen, dass auf seiner Oberfläche minus 162 Grad Celsius herrschen. Eine absolut lebensfeindliche Umgebung. Doch als die Sonde sich nähert, macht sie diese Aufnahmen. Ein mysteriöses Netz dunkler Risse durchzieht Europas Eiskruste. Man kann deutlich sehen, wo sich Risse im Eis bildeten. Flüssigkeit an die Oberfläche stieg und der Zwischenraum wieder zufroh. Neben den dunklen Rissen zeigen die Aufnahmen auch ausgedehnte, zerklüftete Eisfelder, auf denen das Eis offenbar geschmolzen, zerbrochen und wieder zusammengefroren ist. Es muss etwas sehr Dramatisches sein, das die Oberfläche dort so zerstört. Für das Auge des Experten ist das ein sehr vertrautes Muster. Meereseis auf der Erde sieht ganz ähnlich aus. Dann nimmt Galileo Magnetfeldmessungen vor. Sie deuten darauf hin, dass sich unter der Oberfläche eine stromleitende Schicht befindet, wie etwa ein Ozean aus Salzwasser. Dieses Muster würde man ohne Ozean unter dem Eis nur schwer bekommen. Die Daten des Magnetfeldes legen nahe, dass es unter Europas eisiger Oberfläche einen Ozean gibt, der knapp 100 Kilometer tief sein könnte. Auf diesem kleinen Mond könnte es doppelt so viel Flüssigkeit geben, wie in allen Ozeanen der Erde zusammen. Etwas muss den Mond also von innen heraus schmelzen. Und wieder ist der Schlüssel Jupiter. Dieselben Gravitationskräfte, die das Felsgestein im Innern von Io durchkneten und in ein Meer aus Magma verwandeln, lassen Europas Eis zu einem unterirdischen Ozean aus flüssigem Wasser schmelzen und die Eiskruste des Mondes bersten. Das Eis ächzt, die Bruchstellen reiben aneinander. Das erzeugt eine enorme Hitze. Aber die Frage lautet, könnte irgendetwas leben in diesem kalten Ozean meilenweit unter dem Eis, wohin kein Sonnenstrahl dringt? Um das herauszufinden, erforscht der Biologe Tim Schenk die Ozeane hier auf der Erde, die am meisten Ähnlichkeit haben mit Europas eisigen Tiefen. Gut 300 Kilometer vom Nordpol entfernt schickt er Roboter auf die Suche nach Leben. Fast 4000 Meter tief unter der Eisschicht des Arktischen Ozeans, wohin nie Sonnenlicht dringt. Die Tiefen des Arktischen Ozeans zu erforschen, ist nicht unähnlich der Erforschung eines fremden Planeten unseres Sonnensystems. Man hat mit extremen Druck- und Temperaturverhältnissen zu tun. Durch vulkanische Aktivität entstehen hier tiefe Risse im Meeresboden. Die Wissenschaftler glauben, dass sich etwas Ähnliches vielleicht auf dem Boden des Ozeans von Europa abspielen könnte. Wir glauben, er hat einen felsigen Kern. Dieser wird durch die Gezeitenkräfte beeinflusst und ebenso verformt wie der Planet selbst. Und diese Hitze muss irgendwo hin. Auf dem ruhelosen Grund des Arktischen Ozeans finden Tim Shanks Roboter Beweise für eine extrem lebensfeindliche Umgebung. Aus Vulkanschloten schießt bis zu 370 Grad heißes Wasser, das voller giftiger Verbindungen ist, wie zum Beispiel Schwefelwasserstoff. Schank nimmt an, dass solche Schlote auch auf Europas Meeresboden existieren könnten. Um diese Schlote herum, in pechschwarzer Dunkelheit, findet sein Team Leben. Wir haben neue Lebensformen entdeckt, Mikroben, mit denen der Meeresboden dort meilenweit bedeckt ist. Es gibt Leben selbst in den kältesten Gewässern, in den tiefsten Regionen unserer Polarmeere, von denen wir bisher nichts wussten. Statt Sonnenlicht nutzen diese Mikroben Schwefel, Wasserstoff und Methan als chemische Energiequellen für die lebenswichtigen Reaktionen. Die Mikroben wiederum bilden das erste Glied in einer langen Nahrungskette. Wenn man hier Leben entdeckt, besteht auch die Möglichkeit, dass es auf Europa Leben gibt. Für mich ist klar, dass die Grundbausteine, also die chemischen Elemente, die für die Entstehung von Leben nötig sind, auf Europa vorhanden sind. Mir fällt keine Komponente ein, die in Europas Ozean fehlt. Ich wäre sogar überrascht, wenn wir dort kein Leben finden würden. Mit Wasser in flüssigem Zustand, einer Energiequelle und den erforderlichen chemischen Bausteinen, die vielleicht durch Kometen und Asteroiden dorthin gelangten, eröffnet sich durch Europa die Möglichkeit, dass Leben an bisher unvorstellbaren Orten existieren könnte. Die Monde selbst also erzeugen auf ihrer Umlaufbahn um die Planeten Hitze, schmelzen Wasser, erschaffen unter der Eishülle Ozeane und produzieren eine potenziell für Leben geeignete Umgebung. Das ist eine Revolution in unserem Denken. Aber eine Probe sicher an die Oberfläche von Europa zu bringen, um diese Theorien zu überprüfen, ist nur eine der Herausforderungen, wenn man in 800 Millionen Kilometer Entfernung nach Leben sucht. Man muss etwas bauen, womit man durch Eis kommt, das mit Sicherheit Kilometer dick ist. Das ist schon auf der Erde schwer genug. Dann braucht man etwas, das schwimmen kann. Eines Tages wird es soweit sein. Und ich würde es liebend gern erleben. Aber es ist kein Kinderspiel. Europa ist nicht der einzige faszinierende Ort so weit draußen im Sonnensystem. Könnten ähnliche Bedingungen auch auf Monden anderer Planeten herrschen, die sogar noch weiter von der Sonne entfernt sind? Eine Mission, die das erforschen soll, ist die der Raumsonde Cassini. Sie fliegt zu dem Ringplaneten Saturn, 1,43 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Ihr Ziel, die Erkundung des Planeten selbst, seines ausgedehnten Ringsystems und einiger seiner über 60 Monde. Cassinis Mission bestand darin, alles zu untersuchen, was sich über das Saturnsystem in Erfahrung bringen lässt. Eine groß angelegte Forschungsexpedition. Cassini liefert den Wissenschaftlern den bisher besten Einblick in das geheimnisvolle Planetensystem. Cassini ist mit den besten wissenschaftlichen Instrumenten ausgerüstet, die jemals ins äußere Sonnensystem geschickt wurden. Sie verfügt über Kameras, Spektrometer und ist der am weitesten entfernte unbemannte Außenposten, den die Menschheit je im Sonnensystem errichtet hat. Sieben Jahre nach ihrem Start schwenkt Cassini in die Umlaufbahn von Saturn ein. Diese Bilder zeigen die Ringe in bisher nie gesehener Klarheit. Sie erstrecken sich über eine Breite von Hunderttausenden von Kilometern. Und doch sind sie an manchen Stellen nur mehrere zehn Meter dick. Mit ihren Messinstrumenten analysiert Cassini die Wellenlängen des reflektierten Lichts und bestätigt, dass diese majestätischen Ringe aus Milliarden glänzender Partikel bestehen, die nahezu reines Wassereis sind. Ihre Größe reicht von der eines Staubkorns bis zu der eines Berges. Nachdem Cassini fast acht Monate lang Daten über den Saturn und seine Ringe gesammelt hat, macht sie sich auf den Weg zu einem der nahen Monde. Und auf den Fotos, die Cassini von der Südpolregion macht, erkennt man seltsame, lange Gräben. Hier in blau zu sehen. Vier parallel verlaufende Einschnitte, die von den Wissenschaftlern Tigerstreifen genannt werden. Sie sind 120 Kilometer lang und Hunderte Meter tief. Sie sehen ganz ähnlich aus wie Verwerfungen auf der Erde. Enceladus war einer der Hauptschwerpunkte der Cassini-Mission. Es war klar, dass er geologisch aktiv gewesen sein musste. Die Frage war, ist er auch heute noch aktiv? Bei einem anderen Vorbeiflug messen Cassinis Wärmebildsensoren etwas Unerwartetes. Am Südpol müssten die Tigerstreifen eigentlich kälter sein als auf dem Rest des Mondes. Aber sie strahlen Wärme aus. Obwohl immer noch eisige minus 84 Grad Celsius kalt, sind die Gräben fast 95 Grad wärmer als der größte Teil des Mondes. Und als Cassini seine Ausrichtung ändert, sieht man Enceladus Silhouette vor der Sonne und riesige Eisfontänen ins All schießen. Diese Originalbilder zeigen, dass die Jets Hunderte von Kilometern empor schießen. Und zwar aus den Tigerstreifen. Carolyn Porco und ihr Team sind sprachlos. Niemals hätten wir erwartet, so etwas zu sehen, wie einen ganzen Wald aus Fontänen, die Hunderte von Kilometern über Enceladus ins All schießen. Etwas Vergleichbares hatten wir noch nie gesehen. Könnte Enceladus ebenfalls eine innere Energiequelle haben, wie Io und Europa? Die Wissenschaftler nehmen an, dass auf Enceladus beim Umkreisen des massereichen Saturn Gravitationskräfte einwirken und er sich durch die entstehende Reibung aufheizt, was das Eis im Inneren des Mondes zum Schmelzen bringt. Genau wie auf Europa. Sie vermuten, dass die Fontänen aus flüssigem Wasser bestehen, das beim Eintritt ins kalte Vakuum des Alls verdampft und gefriert. Mit einer Geschwindigkeit von 2000 Stundenkilometern schießen sie in die Höhe. Enceladus wird auf seiner Umlaufbahn um den Saturn verformt. Das ist so, wie wenn man eine Büroklammer verbiegt. Es erzeugt im Inneren Wärme und wir denken, durch diese Wärme hält sich unter der Oberfläche Flüssigkeit. Begeistert von dieser Entdeckung programmiert das Team die Sonde so, dass sie durch die Fontänen fliegt und Partikel sammelt. Nach mehreren Durchflügen entdecken Cassinis Spektrometer darin einige chemische Grundbestandteile für die Bausteine des Lebens. Dieser Fund war ungeheuer aufregend, denn wir vermuten nicht nur, dass es dort flüssiges Wasser sowie eine enorme Menge überschüssiger Wärme gibt, sondern dass dort auch organisches Material vorhanden ist. Dies sind die drei Faktoren, nach denen wir suchen, die drei Hauptbestandteile einer habitablen Zone. Aber könnte sich auf dieser fremden und seltsamen Welt tatsächlich Leben halten? Carolyn Porco stellt sich vor, wie es wäre, auf der Oberfläche von Enceladus nach der Antwort zu suchen. Wenn wir auf der Oberfläche von Enceladus Richtung Tigerstreifenspalten gingen, würden wir als erstes auf eine Region treffen, die permanent mit Schnee bedeckt ist. Der Himmel ist pechschwarz. Das Gehen hat etwas von Schweben, wegen der sehr geringen Schwerkraft. Wenn wir die Sonne im Rücken hätten, sehen wir nichts. Aber wenn wir uns in Richtung Sonne drehten, sehen wir plötzlich etwas, von dem ich denke, dass es das großartigste Spektakel ist, das das Sonnensystem zu bieten hat. Gigantische, geisterhafte Fontänen, die hinaufschießen in den Himmel. Feine, glitzernde Eiskristalle, von denen der Großteil wieder zurückfällt und die Oberfläche in eine Schneedecke einhüllt. Wenn unsere Annahme stimmt, dass diese Jets aus unterirdischen, flüssigen Wasserreservoirs gespeist werden, in denen möglicherweise Leben entstanden ist, dann könnte vielleicht ein Schneeball von Enceladus Spuren lebender Mikroorganismen enthalten. Da Cassinis Instrumente nicht dafür ausgelegt sind, direkt nach Leben zu suchen, gibt es bisher noch keinen Beweis für Mikroorganismen in den Jets. Aber ihre Entdeckung macht Enceladus zu einem heißen Kandidaten für künftige Missionen. Für mich ist es so, als gäbe es ein Schild auf Enceladus, auf dem steht, Gratisproben, bedient euch. Wir müssen nur durch die Wolke fliegen und das Zeug einsammeln. Wir müssen weder bohren noch graben. Es wird einfach ins All geschleudert. Die Entdeckung einer neuen Energiequelle und möglicher Ozeane im Innern planetarer Monde deutet auf potenziell neue Orte hin, an denen sich in unserem Sonnensystem Leben entwickelt haben könnte. Mittlerweile zeigen Entdeckungen hier auf der Erde, dass Leben einer noch größeren Bandbreite von Widrigkeiten standhalten kann, als bisher angenommen. Forschungsexpeditionen in extreme Lebensräume zeigen, dass Mikroben in trockenen Wüsten leben und in Seen voll giftigen Arsens gedeihen können. Bakterien überleben in schleimigen Kolonien an Höhlenwänden, von denen Schwefelsäure tropft und wo sie sich von giftigem Schwefelwasserstoffgas ernähren. Und Mikroben gedeihen in Flüssen, die durch ätzende Industrieabwässer verschmutzt sind. Wir wissen jetzt, dass Mikroorganismen in diesen stark säurehaltigen beziehungsweise sogar giftigen Regionen existieren können. Je mehr wir in diesen extremen Habitaten suchen, desto häufiger finden wir Leben. Wir verschieben permanent die Grenzen des Vorstellbaren. Von eiskalten Gletschern bis zu kochend heißen Quellen. Von hochgelegenen Wüsten mit extremer UV-Strahlung bis zu Kilometertief liegenden Minen und Ozeangräben, in die nie ein Sonnenstrahl dringt. Überall stellen die Wissenschaftler fest, dass das Leben einen Weg findet, sich anzupassen und zu gedeihen. Leben auf der Erde kann unter vielen extremen Umweltbedingungen existieren. Wir lernen täglich mehr darüber, wie flexibel und bemerkenswert Leben auf der Erde wirklich ist. Könnten also andere Welten, deren Umweltbedingungen bisher als zu hart für Leben galten, einen zweiten Blick wert sein? Wir müssen uns wirklich bemühen, in viel größerem Rahmen über die Möglichkeit nachzudenken. Als wir begannen, nach Leben in anderen Welten zu suchen, suchten wir nach erdähnlichen Bedingungen, also Wasser, eine Energiequelle, Kohlenstoff. Aber für mich ist die wirklich große Frage, gibt es eine andere Lebensform in einer anderen Welt irgendwo in unserem Sonnensystem? Fall sich Leben also auf andere Art entwickeln könnte, vielleicht sogar mithilfe anderer chemischer Prozesse, bieten dann unter Umständen sogar die unwirtlichsten Orte überraschend neue Möglichkeiten, um Leben entstehen zu lassen? Ein solcher Ort ist der größte Saturn-Mond, Titan. Cassini entdeckt organische Bausteine in der Atmosphäre und das Radar der Sonde enthüllt etwas Rätselhaftes unter den Wolken am Südpol. Es sieht aus wie ein See aus Wasser. Weitere Vorbeiflüge zeigen, dass es nur einer von Hunderten ist, die sowohl über den Nord als auch über den Südpol verstreut sind. Es war aufregend und geheimnisvoll, diese Seen zu entdecken und zu erforschen. Titan ist die einzige Welt neben der Erde, auf deren Oberfläche es Flüssigkeit gibt. Aber bei minus 180 Grad kann diese Flüssigkeit kein Wasser sein. Analysen der Infrarotmessungen ergeben, dass sie aus extrem kaltem, flüssigem Methan und Ethan bestehen. Auf der Erde kommen diese Kohlenwasserstoffe als Gase vor, die wir für Treibstoffe verwenden. Die Daten zeigen, dass Methan auf dem Saturnmond Titan Flusstäler einkerbt, Wolken bildet und sogar als Regen zu Boden fällt. Flüssiges Methan verhält sich ähnlich wie Wasser auf der Erde. Aber könnte es auch die Funktion von Wasser als essentielle Lebensgrundlage übernehmen, sodass sich darin organische Moleküle lösen, vermischen und interagieren könnten? Dieser Frage geht Astrobiologe Chris McKay nach. Unsere Theorie, wie Leben entsteht, basiert auf dem Beispiel der Erde und besagt, eine Flüssigkeit ist notwendig. Nun könnte man behaupten, diese Flüssigkeit müsse Wasser sein. Aber bei Titan, fragen wir uns, ginge es auch mit etwas anderem als Wasser? Damit Leben auf Titan existieren kann, muss, wie Chris McKay vermutet, zuerst ein fundamentaler Prozess stattfinden. Ein Prozess, der einer weitgehend akzeptierten Theorie zufolge auch auf der frühen Erde stattfand und letztlich uns Menschen entstehen ließ. Dieser Theorie zufolge löste sich das Rohmaterial für Leben, die organischen Moleküle, im Wasser. Sie reagierten miteinander und bildeten größere, komplexere Moleküle, aus denen schließlich irgendwie die ersten Lebewesen entstanden. Voraussetzung für Leben auf Titan wäre also, dass sich die Bausteine in flüssigem Methan lösen. Chris McKay versucht nun festzustellen, ob das möglich ist. Zuerst muss er die organischen Bausteine kopieren, die Cassinis Instrumente in Titans Atmosphäre aufgespürt haben. Dann simuliert er eine Energiequelle, indem er die im Reagenzglas befindlichen Gase erhitzt, von denen man weiß, dass sie auf Titan existieren. Dadurch entstehen organische Moleküle, ähnlich denen in Titans Atmosphäre, hier als brauner Rückstand am Boden des Röhrchens zu erkennen. Wir lösen im Röhrchen dieselben Reaktionen aus und produzieren dadurch dieselbe Art von festem organischem Material wie jenes in Titans Atmosphäre. Dann reproduziert McKay Titans rätselhafte Seen. Dazu füllt er das Röhrchen mit Methangas und kühlt es mit flüssigem Stickstoff auf minus 180 Grad Celsius ab. Jetzt verflüssigt sich das Methan, so wie es das auf Titans eiskalter Oberfläche tut. Im Röhrchen haben wir nun eine kleine Pfütze aus flüssigem Methan und darin wirbelt dieses organische Material herum. Die Frage ist, ob sich darin irgendetwas auflösen und dann mit der Zeit eine wachsende organische Komplexität entwickeln wird. Könnte das der Beginn der Entstehung einer anderen Lebensform sein? Niemand weiß mit Gewissheit, wie Leben beginnt. Aber die Frage, die den Forscher interessiert ist, können sich organische Verbindungen in Flüssigkeiten wie Methan lösen? Falls ja, würde das nahelegen, dass selbst bei extrem niedrigen Temperaturen die chemischen Prozesse, die für die Entstehung von Leben notwendig sind, auch in anderen Flüssigkeiten als Wasser ablaufen können. Wir wissen, dass es dort Flüssigkeit gibt, eine Energiequelle, organisches Material und Nährstoffe. Aber falls es dort Leben gibt, wird es sich grundlegend von dem auf der Erde unterscheiden. Sein Experiment ist ein Schritt, auf dem Weg herauszufinden, ob es Leben geben könnte, auf Titan. Für mich ist die aufregendste Möglichkeit, dass es auf Titan Leben geben könnte. Denn das würde nicht nur bedeuten, dass Leben zweimal begonnen hat, sondern zweimal unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Das würde beweisen, dass Leben ein natürlicher Prozess ist, der auf vielen unterschiedlichen Planeten einsetzt. Titan, Enceladus, Europa und Io zeigen, dass es selbst innerhalb unseres Sonnensystems Orte gibt, von denen Wissenschaftler annehmen, das Leben dort potenziell entstehen könnte. Es könnten Extremophile sein, Lebensformen, die eine Struktur und Zusammensetzung haben, wie wir sie noch nie gesehen haben. Erst jetzt wird uns klar, dass diese Welten Leben beherbergen könnten. Die drei entscheidenden Faktoren, Energie, Flüssigkeit und chemische Bausteine, sind weiter verbreitet, als wir uns je vorgestellt haben. Und wenn es hier möglich ist, könnten die richtigen Bedingungen dann auch außerhalb unseres Sonnensystems existieren? Wenn wir unser eigenes Sonnensystem verstehen, dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg, um die Bedingungen zu verstehen, die in anderen Sonnensystemen und überall in unserer Galaxie herrschen könnten. Es verändert unsere Sicht des Universums. Gibt es irgendwo dort draußen einen Stern wie die Sonne, der von bewohnbaren Planeten umkreist wird, auf denen es vor Leben wimmelt? Es gibt Milliarden von Sternen in unserer Galaxie, die genauso sind wie unsere Sonne und die wahrscheinlich von zig Milliarden Planeten umkreist werden. Falls es dort draußen Leben gibt, sind wir in der Lage, es zu finden? Astronom Mario Livio ist führend bei der Suche. Er nutzt das Hubble-Weltraumteleskop, um tief ins Weltall zu blicken, wo explosionsartig neue Sterne wie unsere Sonne entstehen. Das ist der Orionnebel aus Hubbles Perspektive. Hier, 1500 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt, werden neue Sterne geboren, in einer riesigen Wolke aus Staub und Gas. Wenn wir den Nebel jetzt betrachten, ist es fast so, als würden wir ihn in einer Höhle sehen. Wir sehen diese Aushöhlung, wo Gas und Staub weggeblasen wurden und wo diese Sterne geboren werden. Und inmitten der leuchtenden Sterne gibt es etwas, das wie ein kleiner, dunkler Schmierfleck aussieht. In Wirklichkeit ist es eine junge Sonne, umgeben von einer dichten Scheibe aus Staub und Gas, über 80 Milliarden Kilometer entfernt. Dieser Schmierfleck stellt den Beginn eines neuen Sonnensystems dar. In diesem Falle sehen wir die Scheibe von der Kante her, sodass sie komplett das Licht des Sterns verdunkelt. Deswegen sieht man den Stern nicht. Andere Bilder zeigen ähnliche Scheiben schräg von oben, mit dem Stern im Zentrum. Diese rotierenden Materiewolken formen eines Tages vielleicht Planeten und Monde, wenn Partikel aus Staub, Eis und Gas kollidieren und verklumpen. Das ist derselbe Prozess, von dem man annimmt, dass durch ihn die Planeten unseres Sonnensystems entstanden sind. Hubble hat gezeigt, dass solche herumwirbelnden Scheiben extrem häufig vorkommen. Die Tatsache, dass wir diese Scheiben ganz häufig sehen, sagt uns, dass das Rohmaterial, aus dem sich Planeten formen, sehr, sehr weit verbreitet ist. Und daher bilden sich wahrscheinlich um die meisten Sterne Planetensysteme. Aber produzieren diese jungen Planetensysteme erdähnliche Planeten, die die richtigen Bestandteile für die Entstehung von Leben enthalten? Astronom Josh Eisner will das herausfinden. Er fährt ins Observatorium von Mauna Kea auf Hawaii, um sich die Gas- und Staubwolken genauer anzusehen. Gibt es dort Bausteine des Lebens? Sind Dinge, die wir auf der Erde mit Leben assoziieren, auch im Umfeld anderer Sterne für die Bildung von Planeten vorhanden? Gas- und winzige Staubpartikel aus Hunderten von Lichtjahren Entfernung zu analysieren, ist keine leichte Aufgabe. Es erfordert hochsensible und extrem präzise Instrumente, die Keck-Teleskope. Auf dem Gipfel eines nicht aktiven Vulkans in über 4000 Metern Höhe gehören diese Zwillingsteleskope zu den leistungsfähigsten der Welt. Josh Eisner nutzt beide für seine Messungen. Außerdem analysiert er mit einem Spektroskop Infrarotlicht, das aus dem Innern der jungen Sonnensysteme abstrahlt. So kann er feststellen, woraus sie bestehen. Wir möchten ein detailliertes Bild des Staubs bekommen und erfahren, woraus das heiße Gas besteht. Gibt es Wasserdampf, der an der Entstehung einer Atmosphäre oder eines Ozeans beteiligt war? Seine Ergebnisse sind ermutigend. In einigen der fernen Sonnensysteme entdeckt Josh Eisner Hinweise auf Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. Drei Schlüsselelemente, die nötig sind, um die chemischen Bausteine für Leben zu produzieren. Noch verblüffender ist, dass sich diese Bestandteile in einigen Scheiben anscheinend in genau der richtigen Entfernung zu ihrem Stern befinden, um Planeten mit erdähnlichen Eigenschaften zu bilden. So viel zur Theorie. Die Frage ist, existieren solche Planeten tatsächlich? Geoff Marcy ist ein Astronom, der diese Frage beantworten will. Er ist ein Planetenjäger und sucht am Himmel nach Anzeichen für Planeten, die sich möglicherweise tausende von Lichtjahren entfernt von unserem Sonnensystem bereits um andere Sterne gebildet haben. Es ist eine große Herausforderung, Planeten rund um andere Sterne zu finden, weil Planeten nicht leuchten, sondern im Grunde dunkel sind. Aber mit hochmodernen Teleskopen haben leidenschaftliche Planetenjäger wie Geoff Marcy Möglichkeiten gefunden, diese Herausforderung zu bewältigen. Betrachtet man einen Stern, sollte er immer gleich hell leuchten, rund um die Uhr. Aber wenn ein Planet den Stern umkreist und er vor ihm vorbeizieht, dann verdeckt er einen kleinen Teil des Sternenlichts. Der Stern verdunkelt sich also, nur ein winziges bisschen, jedes Mal, wenn der Planet an ihm vorüberzieht, immer und immer wieder in regelmäßigen Abständen. Glücklicherweise kann man dadurch Rückschlüsse auf die Größe des Planeten ziehen, denn je größer der Planet, desto mehr Sternenlicht verdeckt er. Und so erhalten wir enorm viele Informationen über diese Planeten, nur indem wir uns ansehen, wie sich Sterne verdunkeln. Es überrascht nicht, dass die Astronomen mit dieser Methode meistens Riesenplaneten gefunden haben, die viel Sternenlicht blockieren. Durch Beobachtung der Gravitationskraft, die sie auf ihren Stern ausüben, schätzt Marcy darüber hinaus, dass die meisten dieser Planetengiganten aus Gas bestehen und daher wahrscheinlich nicht habitabel sind. Der heilige Gral ist jedoch die Entdeckung kleinerer, felsiger Welten wie die Erde, auf denen die Voraussetzungen für Leben gegeben sein könnten. Es ist sehr schwierig, Planeten von der Größe der Erde zu finden. Wenn eine Erde vor einem Stern vorbeizieht, verdeckt sie nur ein Hundertstel von einem Prozent des Sternenlichts. Das Kepler-Weltraumteleskop ist dafür ausgelegt, diese winzigen Schatten zu entdecken. Seine Mission, einen winzigen Punkt im All zu fokussieren und 150.000 Sterne eingehend auf Anzeichen von Planeten von der Größe der Erde zu untersuchen. Kepler ist so empfindlich, dass es die geringsten Schatten eines Sternenlichts registriert. Es lieferte bereits Berge von Daten, sodass tausende neuer Planetenkandidaten entdeckt wurden. Kepler hat bereits einige Planeten entdeckt, deren Durchmesser und Masse eindeutig darauf hinweisen, dass der Planet felsig ist. Wir haben also zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit konkrete Planeten dort draußen unter den Sternen, die uns an unseren Heimatplaneten erinnern. Diese ersten entdeckten Felsenplaneten befinden sich zu nah an ihren jeweiligen Sonnen, um bewohnbar zu sein. Doch allein ihre enorme Anzahl verändert unsere Vorstellung von Planetensystemen außerhalb unseres Sonnensystems. Wir wissen, dass die Natur einige Riesenplaneten entstehen lässt, so groß wie Jupiter und Saturn. Sie lässt aber viel mehr kleinere Planeten entstehen, von der Größe Neptuns oder noch viel mehr Planeten von der Größe der Erde. Mit der Zahl der Planeten ist es daher so ähnlich wie mit den Felsen und Kieseln hier am Strand. Es gibt ein paar Riesenbrocken, noch mehr Steine und unzählig viele Sandkörner. Das sind sozusagen die erdgroßen Planeten im Kosmos. Geoff Marcy nimmt an, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir einen bewohnbaren Planeten entdecken. Ich halte es für möglich, dass das, was wir hier sehen, milliardenfach auf den erdähnlichen Planeten entstanden ist, auf den habitablen Planeten in unserer Milchstraßengalaxie. Doch selbst wenn wir eine Welt finden, die genau die richtige Größe hat, sich genau am richtigen Ort befindet, mit Ozeanen aus flüssigem Wasser, könnten wir dann aus einer Entfernung von Billionen von Kilometern Leben aufspüren? Das James-Webb-Weltraumteleskop könnte genau dazu in der Lage sein. Dieses neue Teleskop ist dreimal leistungsstarker als Hubble und soll im Laufe dieses Jahrzehnts in den Orbit gebracht werden. Es wird in der Lage sein, Sternenlicht zu analysieren, das durch die Atmosphären der nächstgelegenen erdähnlichen Welten dringt und auf Spuren von Leben zu untersuchen. Wenn wir einen Planeten finden mit Sauerstoff, Methan, Kohlenstoff und Stickstoff, so wie unsere Erde, dann stehen die Chancen sehr gut, dass es auf diesem Planeten pflanzliches Leben gibt, das Sauerstoff produziert. Weil Teleskope immer tiefer ins All blicken und Raumsonden in immer fernere Welten reisen, verändern neue Entdeckungen unser Wissen über unser Sonnensystem und unsere Galaxie. Ich bin immer wieder sprachlos vor Ehrfurcht angesichts der Daten, die unsere gegenwärtigen Raumfahrtmissionen liefern. Was wir jetzt da draußen entdecken, übertrifft sogar jede Science Fiction. Später einmal werden die Menschen auf diese Zeit zurückschauen, als das goldene Zeitalter der Erforschung des Sonnensystems. Man kann Neuland nur einmal entdecken, oder? Und das tun wir gerade. Wissenschaftler finden organische Moleküle, jenes Rohmaterial, das Leben benötigt, um innerhalb und außerhalb unseres Sonnensystems entstehen zu können. Wir wären naiv zu glauben, dass die Erde der einzige Ort im Universum ist, wo diese chemischen Prozesse ablaufen und Leben entsteht. Tatsache ist, dass es Milliarden von Galaxien gibt und Billionen von Regionen, in denen sich Sterne bilden. Die richtigen Voraussetzungen für eine habitable Welt könnten weiter verbreitet sein, als wir je vermutet haben. Leben müsste also auch in einer anderen Welt einen leichten Start haben. Die selben Naturkräfte, die hier auf der Erde Leben ermöglichten, könnten auch anderswo in unserer Galaxie am Werk sein. Eine schöne Übung für jeden ist, sich im Nachthimmel einmal die funkelnden Sterne anzusehen und sich klarzumachen, dass all diese Sterne Planeten haben. Und das ist nur unsere Galaxie. Es gibt hunderte Milliarden von Galaxien dort draußen, die so sind wie unsere Milchstraße. Und deswegen ist die Zahl der Planeten in unserem Universum buchstäblich unendlich groß. Der Wettlauf um die Frage, ob es tatsächlich außerirdisches Leben gibt, hat begonnen. Werden wir Leben zum ersten Mal auf einem Mond wie Enceladus finden? Werden wir es mit einem Hightech-Teleskop finden? Werden wir es überhaupt je finden? Wie immer die Antwort lauten mag, viele Menschen glauben, dass wir uns an einem Wendepunkt in der Geschichte befinden. Denn endlich besitzen wir die Technologie und das Wissen, um herauszufinden, ob es außerirdisches Leben gibt. Morgen machen wir den Tag zur Nacht der Sterne. Ein astronomisches Programm. Von A wie Asteroid bis Z wie Zeichentrick ist alles drin. Im Arteall und das ab 10.20 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und das ab 10.20 Uhr. Und das ab 20.20 Uhr. Das ab 7.20 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020 mit 3DF, 2020 und das ab 20.20 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020